Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video. Vorsicht, kann Spuren von Product Placement enthalten. Denn es geht um meinen offiziellen Sponsor ISO. Denn ISO und MU machen gerade ein Gewinnspiel auf der Facebook-Seite von ISO. Und alle, die jetzt sich die Haare raufen, ah nein, nicht schon wieder Facebook. Nächsten Monat kommt für euch was. Ganz, ganz, ganz toll. Wird richtig groß und ja. Jetzt ist aber erstmal Facebook dran. Und zwar gibt es hier auf der ISO Gaming Facebook-Webseite derzeit ein kleines Gewinnspiel für alle Dalu-Kart und Beam-Zuschauer. Die kennen das schon. Aber jetzt auch mit Motality. Und zwar gibt es zwei Gamescom-Karten zu gewinnen für mehrere Tage am Stück. Von morgens bis abends, wenn ihr Bock drauf habt. Plus ein FS2434 Gaming-Monitor. 24 Zoll, 1080p. Geiles Teil, habe ich auch hier. Und ja, wenn ihr Lust habt, einfach oben auf Gefällt euch drücken. Einfach liken und dann habt ihr die Chance, hier die Preise abzuräumen. Ich wünsche euch ganz viel Glück, falls ihr mitmachen wollt. Und wie gesagt, für alle anderen, die keine Lust auf Facebook haben, nächsten Monat kommt aber noch ein Video dazu. Ja, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Viel Glück, macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss.